Liebe Freunde, heute Mittwochmittag fertig, alle Töpfe mit Erde gefüllt und für Bissamen gesteckt. Gut, hier ist noch einer der Frühling gemacht ist. Hier, das ist das Resultat unserer zweieinhalb Tage Arbeit. Untertitelung des ZDF, 2020 So, Tunnel verschlossen, mit Vlies abgedeckt, Eingang, jetzt wird es warm drinnen. Jetzt Wasser geben und warten. Wasser abstellen für Bauerhause. Feierabend, jetzt zehn nach sechs. Ich wünsche allen einen schönen Mittwochabend. Ciao! 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 Ciao!